herzlich willkommen zur nächsten folge ihr habt jetzt heute weiter 14 gesehen was ich ja alles vorgestern an einem stück aufgenommen habe weil ja ich war halt so im flow der eine ich weiß nicht der eine fand es vielleicht gut der andere nicht dass die folge hat ein bisschen länger war obwohl doch weil sich reda hat geschrieben hat sich wohl gefreut dass ich ich habe discord nicht aus wie man gerade gehört hat und ich eigentlich extra den streamer modus anhabe und deshalb normalerweise auch wie perfekt wir sind gerade in die schulette gegangen dem moment kommt der hausmeister als hätte ich es gewusst ich hab da extra den streamer modus an dann kann man doch eigentlich keine geräusche hören dafür ist der modus egal ja heute habe ich euch folge 14 rauskommt das ist es immer jetzt relativ aktuell normalerweise produziere ich ja viel mehr vor weil weiter habe ich kriegt das zeitlich gerade auch gar nicht hin so viel vor zu produzieren frühestens nächstes wochenende vielleicht wieder aber da überlege ich dann auch wieder ob wir noch mal ein live stream versuchen weil es hat ja jetzt auch schon ein paar mal geklappt von daher war jetzt das eine mal so dass das nicht so gut funktioniert hat aber freitag samstag können wir das gerne versuchen vielleicht sind wir ja auch bis dahin schon so weit dass wir freitag samstag das spiel sogar zusammen zu ende spielen können das fände ich auch sehr cool wenn wir das gemeinsam irgendwie beenden könnten jedenfalls wegen tipps und tricks also wenn irgendwie was auffällt jetzt nicht sofort sagen natürlich dass vielleicht noch selber drauf komme mit den lautsprechern so da hätte ich hätte ich euch auch gebraucht im live stream weil euch wäre das bestimmt viel eher aufgefallen dass die lautsprecher ja so positioniert werden müssen wir im spiegel weiß ich auch nicht warum das war auch schon spät so wie jetzt auch heute auch schon sehr spät wir haben schon ob halb zehn oder so bin schon lange auf den beinen arbeiten bla bla und ja aber ich habe jetzt gerade so mega bock zu zocken und ich hoffe ich sehe jetzt nicht allzu demoliert schon aus so werden eine etage hat mir noch gar nicht gemacht die hatten wir gemacht da war aber wo ist mein zettel genau da waren aber die räume von der wollen mit den langen haaren belegt ne weil ich habe mir immer aufgeschrieben 3 12 13 35 38 das sind ja genau die beziehungsweise 35 genau 35 ist ja der erste raum gewesen deswegen ist er nicht rot da war sie aber drin und hat uns ja angegriffen da können wir die räume sofort sehen dass wir nicht drin war weil die noch rot sind so und wir waren noch nicht auf etage vier genau da waren wir noch gar nicht drin und wir hatten ja jetzt die rote schlüsselkarte damit haben wir glaube ich auch noch nicht alles zum erkundungsraum computerraum rot ne genau wir hatten jetzt die rote schlüsselkarte gefunden dann können wir die räume nämlich auch erst mal spezieren keine olle an der decke ich hätte mir was zu trinken hinstellen sondern ich habe irgendwie gerade wieder so ein bisschen ach geil gut direkt schon mal wieder filzstift wir haben so viele filzstifte und ich freue mich so sehr darüber weil ich dann auch wirklich kürzere aufnahme sessions machen kann dass dass ihr euch jetzt so macht er jetzt die cd da rein was 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 ach so ist nur der drucker ich habe gedacht da kommt jetzt irgendwas dokument wurde gedruckt ja was wurde gedruckt inhalt der cd wer auch immer dies findet ich hoffe dass niemand diese worte lesen wird allerdings glaube ich dass man wissen über die geheimnisse der schule denjenigen nutzen wird die die wahrheit enttönen wollen ich schreibe dies aus persönlicher erfahrung bei nachforschung sowie mein wissen in das orient in den orient wissenschaften heraus einige möchten mein gott einige mögen glauben ich sei verrückt aber ich glaube an meine erkenntnisse und erachte sie als absolut wahr vor sechs jahren begann ich meinen lehrauftrag an der johannow high school in dieser zeit erlebte ich dinge die ich nie vergessen werde ich spürte schon immer dass mit dieser schule etwas nicht stimmt zuerst einmal ist der standort der schule schon kaum ideal die energien des jingen und jangen verweben sich mit dem terrain und erschaffen einen starken natürlichen energiefluss das an sich wäre nicht schlimm doch die untersten die unsteten energien all dieser teenager haben den energiefluss gestört und ins negative gekehrt die schule war sich dessen nicht bewusst und fand keine erklärung dafür warum sich so viele unfälle ereigneten schließlich suchte sie hilfe beim experten für feng shui der spezielle marken herstellte um die stürmischen energien des ortes einzudämmen fünf marken eine für jedes element wurden gemäß der repulsionstheorie in der schule verteilt um eine sehr starke barriere zu erschaffen diese barriere konnte den energiefluss unterdrücken und die schule wurde stabilisiert doch dies hielt nicht lange an während meiner untersuchung der übernatürlichen phänomene dieser schule merkte ich schnell dass auf die energien auf die starken energien vor ort zurückgehen und zwar war die barriere der ursprung des ganzen die marken der barriere wurden aus fiersichholz gefertigt dieses holz eignet sich dafür böse geister abzuhalten das führte jedoch dazu dass sowohl die geister der schule als auch der gestörte energiefluss in der barriere eingesperrt waren und sich von der energie der lebenden nährten die schule wurde zu einem ort an dem die welt der lebenden und die der toten überlappten ich konnte es kaum glauben auch wenn ich es selbst gesehen habe als ich es begriff kam mir eine interessante idee nutzt man die verzweigte natur dieses ortes und die in der barriere gefangene energie so könnte man die seelen eines toten in den körper einer lebenden person verfrachten diese ebenso plötzliche wie skurrile eingebung faszinierte mich jeden tag überlegte ich wie dies beweisbar wäre und je mehr zeit verstrich desto stärker wurde mein wunsch es zu testen als der frust mich schon übermannen drohte kam sie zu mir so wird das ritual durchgeführt nur ein geist mit einer intakten seele kann wiederbelebt werden also muss dies vor dem ritual sichergestellt werden der erste schritt ist es die marken zu finden und zu deaktivieren dieser prozess muss dem repulsionszyklus der fünf elemente folgen und in einer vollmondnacht geschehen zudem wird ein passender körper als gefäß für den geist benötigt der geist bestand auf einen bestimmten körper doch je mehr zeit verging desto mehr fürchtete ich mich ich zweifelte an der theorie ich zweifelte nicht an der theorie nein ich fürchtete es würde funktionieren ich wusste wenn bei dem ritual etwas schief ging würde sich eine furchtbare katastrophe eignen die barriere würde zerberzen und die macht in ihren inneren entfesseln sollte das passieren müssen die marken in der reihenfolge des harmonie zyklus der fünf elemente entfernt und an einem ort platziert und mit der macht von yin und yang vereint werden eine barriere mit der macht von yin und yang und allen fünf elementen könnte die geister zumindest eine weile in schach halten das wäre dann die einzige hoffnung ich glaube das war bis jetzt der längste text den wir gelesen haben meine fresse war das lang okay gut dass wir irgendwas mit den elementen später machen müssen da haben wir ja schon ein paar hinweise gefunden das war klar yin und yang marke dass wir die finden ist war auch klar können wir hier noch mal was machen deswegen haben wir die cd noch mal raus kommen da war nicht nur dieses wunderbaren drauf sondern auch diese frohe botschaft aber jetzt sonst noch irgendwas nehmen aufmachen ja sonst mal nur der filzstift ja alles klar wieso geht die uhr hier falsch wieso kann ich die uhr anklicken ach so das kommt man mit der ein uhr auch ne stimmt der einwanduhr ich habe irgendwo ein bild des tier an einem platz des entwicklung gut vielleicht ja wir versuchen das mal zu merken vielleicht brauchen wir das später auch schon wieder warum gruselige musik damit jetzt eigentlich nur da hinten auf dem großen flur rum das fände ich zumindest sehr schön die ist blau das heißt wir konnten jetzt leider nur in dem raum noch ein aber da ist ja schon mal was ne schalter raum ich hätte mir die farben aufschreiben sollen aber ich glaube außer rot gelb und blau sind hier jetzt nicht noch mehr farben ne das heißt der schalter raum war bestimmt blau ich meine wir hätten die karte gefunden sind runter gegangen und der raum war blau und deswegen konnte ich den nicht aufmachen bin ich mir ziemlich sicher der erdruckkunderaum ist auch blau ok wir gucken ob wir von hier aus so habe ich denn hier das licht angemacht warum habe ich es nicht wieder ausgemacht wundert mich gerade aber von hier aus vielleicht in das waschbecken wollte ich gerade in das schwimmbecken berührungspillen ok 19 mehrjungfrau an der juno high school befand sich einst ein großer teich da die schule so alt war waren die fische im teich sehr groß und unterschieden sich von gewöhnlichen fischen einige sollen sogar die menschen verstanden haben eine schülerin namens d sorgte sich um die fische im teich sie begann anstelle des verwalters die fische zu füttern und den teich zu reinigen in jeder freien stunde fand man sie am teich gerüchten zufolge führten die fische sogar kunststücke für sie auf ihre freunde nannten die die fischprinzessin dann verliebte sich ein berüchtigter draufgänger in d er stahl und war als jähzornig was ach so er stahl und war als jähzornig verschrien er gestand die seine liebe doch wurde eiskalt abserviert sein ego war gekränkt und er beschloss sich zu rächen indem er d ununterbrochen gängelte und bedrohte da stehen die frauen drauf das funktioniert es war nicht leicht für die doch sie war sich sicher dass er irgendwann das interesse verlieren würde und er trug es geduldig dann ereignete sich der unfall es regnete in strömen als ich der draufgänger zum teich begab um die zu stören der hatte die nase voll und schrien an sie in ruhe zu lassen erzirnt schubste er sie die stürzte und schlug ihren kopf an einem felsen auf sie starb auf der stelle aus angst davor bestraft zu werden versuchte der junge ihre leiche zu verbergen er hackte sie in kleine stücke und verfütterte sie an die fische auch ihr blut wurde vom regen in den teich gespült außer den fischen wurde niemand zeuge dieses grausigen verbrechens dies verschwinden wurde von der polizei gemeldet und ermittlungen wurden eingeleitet aufgrund der aussagen ihrer freunde konzentrierte sich die polizei konzentrierte die polizei ihre ermittlung auf den teich doch sie fanden keine spur warum haben die die fische nicht mehr inspiziert oder so also ähm autopsiert man sich der fall wurde zu den akten gelegt eine weile lang geschah nichts doch dann verschwand während des sportunterrichts ein schüler im schwimmbecken auf dem dach die schüler die gesehen hatten was geschehen war sagten es habe gewirkt als hätte ihn irgendetwas herabgezogen selbst nach lehrung des beckens fand sich keine spur von ihm inmitten dieser verwirrung tauchte der vermisste schüler im teich auf sein körper sah aus als sei er von tieren zerfleischt worden es war derselbe junge der die geärgert hatte ja es gibt auch noch sowas wie gerechtigkeit bald verbreitet sie sich das gerücht dass in jeder nacht wenn es regnet eine seltsame kreatur am teich oder am schwimmbecken erscheint die schüler die sie gesehen haben beschreiben sie auf zwei arten es ist entweder ein fisch der wie ein mensch aussieht oder ein mensch der wären fisch aussieht ich hoffe sie sieht wie eine wunderschöne meldung frau aus ich hoffe es und sie begrüßt uns dann und sagt hey du bist zwar ein kerl aber du hast mir nichts getan deswegen tue ich dir auch nichts kommen das beste freunde sein brauchst ein hilfsmittel dass dir den weg über das wasser weiß sie dir die uhr und die bilder genau an dann wirst du es finden hier kommen wir nicht rein sie dir die uhr und die bilder genau an und das kommt mir gerade in den einen raum ja ich habe auch gesagt das brauchen wir mit sicherheit weil die anderen bilder konnten wir auch nicht anklicken direkt und angucken aber nicht die bilder das licht an er meint ja bestimmt das bild zum beispiel das peking bild was wir da gerade angucken konnten das bild ist da ja okay sind noch zwei bilder über das hier auch anklicken ein bild des muskauer kremels ok das erste worüber ich jetzt nachdenke ist dass wir vielleicht aufgrund dessen irgendwie hier die uhrzeit einstellen müssen was ich sage mal jetzt die 1 2 3 4 5 6 türme oder vielleicht sind es auch acht mit den beiden oder keine ahnung was können wir da mal verstehen den großen oder den kleinen den kleinen nämlich wenn ich gut vorankommen wird die folge heute auch wieder länger aber nur wenn ich halt nicht stocken bleibe ansonsten wird sie kürzer und ihr müsst mir vielleicht irgendwie müsst mich unterstützen mit hinweisen die ich übersehen habe hier ist nur ein gebäude hier ist ein bild zwei straßen wir müssen garantiert überall die uhren einstellen und dann geht irgendwo was auf wir haben wir denn mit die türen guck dir das mal an ich bin ein dünner asiatischer junger mann was klappert denn hier so mit der hausweißer der kommt oder was hier ist kein soll denn hier noch mal was so auch toilette ok haben wir nur zwei uhren jetzt weiß ich nicht ob wir auf den anderen der chargen vielleicht auch räume hatten mit uhren und bildern schicht raum schicht raum schreibt mir das mal kurz auf das ist mein einkaufstitel in welchem raum wir uhren mit bildern haben ok der hier das ist der computer raum zweite etage ich sollte mich ein bisschen zusammenreißen da ich diese folgen die schneiden werde ist ja noch Okay, das ist bestimmt nur der Drucker, ne? Ey, ihr glaubt gar nicht, was ich jetzt gedacht habe, was da ist. Ich hab gedacht, da läuft irgendwas, weißt du, wie ich mein? So auf allen Vieren, so, weißt du, wie diese Frau an der Decke. Oh, das war jetzt nur der bescheuerte Drucker, ey. Jetzt geht die Tür nach innen auf, ne? Achso, jetzt kommen wir mal drauf an, von welcher Seite du kommst, ne? Ach ja, dafür müssen wir das Ding noch holen, ne? Dann können wir die Kassette abspielen. Das können wir gleich auch mal machen. Ach, jetzt bin ich so rumgerannt, jetzt bin ich schon wieder probiert. So, Computer, komm. Kunstwerkstatt, komm, so machen. So. Wenn ich jetzt versuche mir das zu merken und gleich passiert irgendwie, was oder was verfolgt werden, habe ich es eh wieder vergessen. Alles klar, so. Dann gucken wir doch mal hier unten. Achso, das war ja genau der Museumsraum hier. Hier war sowas nicht. Hier hatten wir das hier. Da müssen wir noch zwei, glaube ich, für finden. Genau, das hatte ich mir auch schon aufgeschrieben, ne? Ich glaube, das hatte ich ja auch auf dem Zettel. Genau, Blau, Gold, Brille, Schwarz, Weiß, genau. Ja, das müssen wir ja auch ausprobieren. Ob wir die Bilder da bewegen können. Wenn nicht, dann, ja. Kann ich eh nochmal alles von vorne spielen. Boah, das fände ich gerade so geil, wenn wir hier überall jetzt rumlaufen können, ohne dass der kommt. Zumindest hier fände ich das super. Ach, von hier aus kommen wir nicht in die dritte, ähm, nee, genau. Genau. Dritte Etage. Ähm, gibt's keine Zwischenräume, ne? Zwischen den Dingern da. Ja, dann können's ja eigentlich nur die beiden Räume sein. Wo wir was, äh, mit den Bildern einstellen müssen. Dann überlegen wir jetzt einmal ganz kurz, ob wir darauf kommen. Wir machen jetzt auch mal das Licht an. Hier haben wir Wir haben hier so viele Dächer. Ich weiß nicht, ob das, ob man das, äh, das was zu bedeuten hat, dass das irgendwie die Uhrzeit ist oder so. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das könnte auch zehn sein. Ähm, wenn's, wenn, wenn, wenn es damit was, ich, wenn's aber irgendwie, ich glaub, es ist was anderes. Wir gehen jetzt zum anderen Raum und stellen da mal auf eins. Da ist das Licht. Oh, das ist der Hausmeister, ne? Stimmt, der pfeift ja so komisch. Und die Toiletten sind ausgerechnet zu der Tür, wo er mit Sicherheit immer herkommt. Egal. Wir sind jetzt mutig. Machen hier auch das Licht an. Oh, Drucker. Kann man den nicht ausmachen? Ich werd mich noch 500 Mal deswegen erschrecken. Ich weiß das. Okay. Äh, Bild. Ein Bild ist, ja. Einzel, die Dächer. Hier sind natürlich so quasi zwei Dächer, ne? Es könnte natürlich auch zwei sein. Zwei Uhr dann. Und nicht ein Uhr. Hatte ich schon auf zwei gestellt, ne? Ich stelle mal auf eins. Fünf. Fünf. Könnte ja vielleicht auch fünf sein. E-Qual-Sibnisch. Ob ich überhaupt auf der richtigen Spur bin? Haben die Bilder sonst noch was gemeinsam? Gucken wir uns noch mal die Nachrichten an. Ja. Äh, man sollte auch draufklicken. Du brauchst ein Hilfsmittel, dass dir den Weg über das Wasser weißt. Okay. Weil, wenn wir in den Raum mit dem Schwimmbecken reinkommen, wollen wir mit Sicherheit nicht einfach durchlaufen, sondern werden getötet, wie in den anderen Räumen, weil da halt diese Fischfrau ist. Sieh dir die Uhr an und die Bilder, sieh dir die Uhr und die Bilder genau an, dann wirst du es finden. Sieh dir die Bilder genau an. Haus. Zwei Dächer, zwei Lampen, ein Bild. Es ist richtig sehr, sind da keine Menschen drauf. Keine, außer das Bild quasi. Sind da aber keine Menschen drauf. So. Ganz viele Menschen. Ganz viele Gebäude, ganz viele Dächer quasi. Bilder sind da gar nicht drauf. Ich glaube schon, dass das irgendwas mit den Dächern zu tun hat. mit den Gebäudespitzen da oder so. Aber die Spitzen hier zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht. Acht und zehn oder so. Warte mal, machen wir mal. Acht. Die Spitzen, die Ecken so zu zählen, habe ich jetzt auch wieder nicht. Das finde ich auch ein bisschen sehr detailverliebt, ne? Wenn er dann jetzt hier, das waren glaube ich zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Vielleicht kommt der Moment, an dem ich erleuchtet werde. Oder nachdem ihr die Folge gesehen habt und mir das dort unterschreibt. Gut, deswegen gehen wir jetzt erstmal rüber und holen erstmal diesen, äh, diesen Riemen da. Wie ist der nochmal? Treibriemen oder sowas? Gar nicht dunkel. Na egal, können gleich auf, ach komm, wir rennen, ey. Wenn wir jetzt erschreckt werden. Es ist so dunkel. Warum muss man diesen dunklen, langen Gang laufen? Warum können wir nicht einfach durch die Tür? Zwischensequenz, Ladesequenz? So lang war der Gang doch gar nicht. So lang war der Gang doch gar nicht. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wir kommen nicht mehr zurück. Ich glaube, wir kommen nicht mehr zurück. Hier wird immer lauter. Warum kann ich... Hier kommt's, der Kettel. Eine Windel wäre besser. Hier kommt's, der Windel. Was heißt Windel auf Englisch? Ich erschreck mich die ganze Zeit, weil die immer lauter wird. Die war... Was ist los? Was ist da? Ich wollte doch nur zum anderen Gebäude rüber. Wo ist die? Warum bin ich jetzt auf einmal nicht alleine? Was hat mich da geschlagen? Oh, ich glaube, ich drehe gleich durch. Warte, wir müssen mal eben schnell... Alter. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich laufe die ganze Zeit den fucking gleichen Gang hier lang. Hä? Alter. Ich will hier raus. Ich kriege gerade echt voll die Paras ohne Scheiß. Da ist schon wieder... Wir laufen die ganze Zeit im Kreis. Hier ist nämlich jetzt schon wieder das Ding. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Was muss ich denn? Scheiße. Okay, wir laufen zurück. Wusste es? Wenn wir zurücklaufen, kommen wir wieder zum... Aber das ist der Neubau. Ich wusste das, wenn ich zurücklaufe, dass ich zum Neubau zurückkomme. Aber ich will zum Altbau nochmal zurück. Wieso komme ich nicht mehr zurück? Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Von was wurde ich denn jetzt geschlagen? Durchlaufen kann man die Geister mit großen Köpfen umherwirbeln. Äh, Jumpscare? Ist okay, wenn ich das immer sage, ne? Dass ihr euch nicht so erschreckt. Man merkt ja hier, wir haben ja hier noch genug bei denen, wo wir uns erschrecken können. Jetzt kommt die schon wieder, ey. Never, ich tue mir das jetzt nicht... Scheiße, wieso... Ja, was machen wir denn jetzt? Ja gut, dann gehen wir halt in den vierten... Oh, ich bleibe gerade an meinen Kopfhörern hängen. Ja, dann gehen wir jetzt halt in den vierten Stock so, aber mich irritiert das jetzt trotzdem gerade. Mich irritiert das trotzdem, weil... Ja, wie gesagt, das eine Rätsel mit den Bildern ist da drüben. Glaube ich mal. Aber wir müssen auf jeden Fall rüber den Riemen halt holen von dem Kassettenrekorder. Gut, dann müssen wir erst hier irgendwas tun. Damit wir wahrscheinlich dieses Medaillon-Ding-Yang-Zeug haben. Und das uns vor Geistern beschützt oder so. Wo ist der Hausmeister? Dass mich das jetzt sehr stören würde, dass er nicht da ist. Ach, warum kann ich nicht einfach mal eine Fresse halten, ey. Wo ist der denn? Wo war Lippe juckt? Ich war wieder rasieren, weißt du? Kratz schon. Es wäre schön, wenn ich ihn jetzt mal sehen würde, bevor er mich sieht. Okay, der muss ja dann direkt unter mir sein. Oder? Ja, könnte auch über mir sein. Warte. Sind wir bei der Aufnahme? Kann ich mal bitte die Taschenlampe jetzt irgendwo sehen? Ja, das war klar. Falls der kommt, damit wir hier direkt rein können. Waschenlampe. Wenn ich jetzt wüsste, dass der unten wäre, würde ich natürlich nach oben. Er sieht uns jetzt gleich und dann müssen wir wegrennen. Wo ist der? Ich weiß genau, wenn ich jetzt nach oben gehe, kommt der von oben. Oh, da. Jetzt habe ich ihn gesehen. Da oben ist er. Da läuft er. Da ganz hinten. ganz hinten, ganz oben. Das ist eigentlich ganz gut. Warte. Wie läuft der denn dann? Ah, hier muss der langlaufen, ne? So, hier und dann hier runter wieder, ne? Glaube ich. Ich weiß nicht, wie gut die Idee jetzt ist. Was? Ähm. Ja, okay. Die Idee war sehr schlecht auf jeden Fall. Ach, Entschuldigung, ich muss da jetzt, ich muss was trinken. Wie wir jetzt so ganz entspannt hier in die Toilette rein können. Weil er da so rennt, ey. Der rennt jetzt auch in diese Toilette rein. Obwohl der gar nicht gesehen haben kann, dass wir hier drin sind. Aber pass auf, der kommt jetzt genau hier rein. Ach, Mann, ey. Das ist das, äh, Warten immer so, äh, von dem Wegrennen und so. Das ist echt, äh. Ich weiß genau, wenn ich jetzt rausgehe, steht er direkt vor mir. Das habe ich auch nicht so, ich könnte, ach. Ich bin schlecht vorbereitet, dass ich mir hier nichts hingestellt habe zu trinken. Ach, komm schon. Ich weiß genau, dass, äh, wenn ich jetzt rauskomme, dass du dann hier hinkommst, ey. Oh, da oben läuft er doch. Okay. Okay. Ah, Entschuldigung. Ich sollte, ähm, wenn ich das so komplett über OBS aufnehme, auch einen Tastenkürzel für mein Mikro haben. Entschuldigung. Ach, jetzt läuft der wieder so langsam. Oh, komm, hau rein. Wer läuft denn so langsam durch die, wer patrouilliert denn so? Wenn er dann einen sieht, ey, dann so. So, ey. Ey. Bauen wir 300 Jahre, bis wir zur scheiß vierten Etage kommen. Okay. Noch kann er uns eigentlich nicht sehen. Eigentlich. hier hängt sie. Hier hängt sie. Welcher Raum ist das daneben? Achso, 3,5. Okay, sie bleibt dann aber, ähm, sie bleibt dann, ja noch 3,5 habe ich mir aufgeschrieben. Sie bleibt aber schon immer in den gleichen Räumen, ne? Das ist schon mal gut. Dass die nicht irgendwie, wenn du, keine Ahnung, Speicherstand neu läst oder so, dass dann, ja, irgendwie so gewürfelt wird und sie dann random irgendwo anders ist. So, jetzt läuft der da lang. Kann ich jetzt von hier aus kann ich hier dann schon mal hochnähen, ne? Ist so risikoreich, ne? Wir müssen warten, bis er weiter nach hinten gelaufen ist. Ja, entweder sind die Folgen dann 50 Minuten oder 60 Minuten lang mit allem drum und dran. Oder ich schneide euch halt hier sowas dann wieder raus, wie ich das schon ein paar Mal jetzt in manchen Folgen gemacht habe und dann sind die halt aber auch nur, wieso läuft der jetzt wieder zurück? Wieso da hinten hinlaufen, der Spacko? Und wenn der jetzt noch ein Stückchen weiter läuft, dann dürften wir eigentlich er kann uns jetzt nicht sehen. Wenn das jetzt ausschlägt, dann rast ich aus. Er ist genau über uns, er kann uns jetzt nicht sehen. So, sehr gut. Warum ist das jetzt... Boah, gut, dass in dem Raum jetzt keine Olle ist. 3,8 3,10 Ja. Nein, 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 nein. Du kommst ja jetzt nicht rein. Die Türen sind zu, das Licht ist aus, ich bewege mich kein Stück. Damit bin ich einverstanden. Ich weiß nicht, es ist aus. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So geduldig. Ach, da hinten ist er. Okay. Okay. Wir kommen hier nicht hoch, ne? Wir müssen einmal da hinten rum. Genau da, wo er jetzt langläuft. Natürlich. Haben wir da oben? Wenn ich wüsste, dass wir da oben auf jeden Fall reinkommen, sind auch keine Toiletten oder so. Also, ich wüsste, dass die Türen, die da, ja. Wenn da Toiletten wären, würde ich jetzt durchrennen. Würde ich durchrennen und dann würden wir da oben zur nächsten Toilette rennen und uns da verstecken. Natürlich. Haben wir ja schon gemacht, ne? Im Altbau haben wir das ja schon mal gemacht, dass wir dann zur Etage zumindest schon mal gerannt sind, wo wir hinwollten. Das ging schon mal wesentlich schneller dann. Ja, jetzt läuft er genau so, dass der hier rumgammelt, wo wir langlaufen müssen, damit wir nach oben... Anders kommen wir nicht nach oben. Wir müssen da langlaufen. Oder? Auf der anderen Seite sind ja... Ja, hier sind ja keine Treppen, Aufzug, irgendwas. Ach, Junge, ey. Mach doch mal deine Runden hier schneller. Was ist denn mit dir? Können wir nicht schön zugehen? Juckt den irgendwie nicht, ne? Wo der gerade in der Nähe ist. Nur ganz kurz gucken, ob der jetzt hier hinkommt wieder, oder... Okay. Am liebsten würde ich jetzt die Tür aufballern und dem die vorm Kopf hauen, ey. Okay, und dann ist er erst mal... Ich habe Angst, dass er jetzt hier reinkommt und einmal guckt, oder so. Weil die Tür auf ist, aber macht er nicht, ne? Doch, macht er. Boah, hätte ich jetzt keinen Bock gehabt, wieder von dem wegzurennen. Boah, ich hätte hier die Tür zumachen sollen, ey. Ah, okay, Auge ist schon mal weg. Ah, okay, er läuft jetzt da unten lang. Risiko. Obwohl das eigentlich doof ist, ne? Wir haben jetzt so lange gewartet, wenn ich jetzt wieder verkacke. Okay, wir gehen jetzt erst mal aus seinem Sichtfeld raus. Auch wenn ich weiß, wir müssen da hinten zur Treppe. Endlich sind hier diese Plakatdinger, ne? Oh, da blinkt was. Achso, ne Münze, okay. Freue ich mich zwar auch drüber, aber ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie was... ...tolleres entdeckt. Oh, jetzt dachte ich, könnte mal ein Stückchen laufen. Hä, was? Hier. Was? Kannst du mich gar nicht gesehen haben? Du bist direkt unter mir. Du kannst nicht durch Wände gucken. Du bist zwar ein krasser Typ mit dem Basie, Alter, aber... ...kein Superheld oder so. Och, okay, wir sind schon mal hier. Alles klar. So. Die Tür. Haben wir Karte. Ist hier eine Olle drin. Hoffentlich. Ne, sieht ganz gut aus. Today, today. Shang Bong Hang. Die Stecknadel wissen wir auch noch nicht, wofür wir die brauchen. Also ich war... Ich hab zumindest nicht, äh... Keine Ahnung. Nichts gesehen. Ich vermute mal, dass wir irgendwie, ähm... ...auf irgendeiner Map oder sowas, die dann draufstecken müssen in der richtigen Position oder so. Ich denke dann mal, dass so ein Rätsel kommen wird. Wieso können wir das Fach jetzt aufmachen? Kleiner Schlüssel gelb. Keiner gelber Schlüssel. Der sieht aus, als könnte mit anderen Schlüssel kombiniert werden. Endlich haben wir einen zweiten kombinierbaren Schlüssel. Boah, da freu ich mich drauf, wenn wir... Ja, aber dafür müssen wir ja erstmal in den Altbau irgendwie zurückkommen. Dass wir in die Werkstatt können. Und dann gelb und rot einmal kombinieren können. Und ob wir dann die ganzen Postfächer überall aufmachen können? Das wäre sehr cool. Eine Snacky-Dose. Snacky-Snack. Das lassen wir erstmal zu. Was haben wir denn? 47. Ein paar Minütchen machen wir noch. Was können wir hier machen? Wir müssen ja jetzt immer... Wir müssen ja genau gucken, wenn wir Gegenstände so betrachten können. Ah, ich glaube nicht, dass wir da was machen können. Keine Ahnung, warum wir uns das Buch so angucken können. Räugungspillen. Das war ja. Dokument. Die Bedeutung des Labels. Ah, ich glaube, das brauchen wir. Labyrinth hört sich doch schon sehr nach dem an, was wir gerade erlebt haben. Die Bedeutung des Labyrinths über das Labyrinth. Zu Zeiten des antiken Griechenlands beschrieb das Wort Labyrinth ein unterirdisches Gebäude mit lang gewohnten Gängen. Während der Renaissance traten Labyrinthe in der Form von Irrgärten auf. Die vier großen Labyrinthe der Welt sind das Labyrinth von Ägypten, das kretische Labyrinth, das Labyrinth von Nemnos und das italienische Labyrinth. Es gibt zwei Arten von Labyrinthen. Die erste ist derart gestaltet, dass alle Pfade zum Mittelpunkt führen. In diesem Labyrinth wird jeder Pfad nur einmal beschritten, doch um die Mitte zu erreichen, muss die längstmögliche Distanz zurückgelegt werden. Bei der zweiten Variante sind die Wege verzweigt und der Aufbau sehr komplex, sodass man sich leicht verirren kann. Für diese Art von Labyrinth werden eine gute Erinnerung und ein scharfer Verstand benötigt. Das Labyrinth besitzt viele verschiedene Bedeutungen und Formen, die sich je nach Zeitalter und Religion unterscheiden. Eine traditionelle Bedeutung des Labyrinths dreht sich um Ausgrenzung und Gefangenschaft, bei der nur die Würdigen den Ausgang finden. Das Erreichen des Mittelpunktes des Labyrinths wird hingegen als Rückkehr in den Mutterleib gedeutet und das Labyrinth repräsentiert hier den Körper der Mutter Natur. Es sind also Frauen, die das Labyrinth besitzen und beherrschen, während die Männer den Pfad zur Flucht finden müssen. Das hört sich doch mal an. So. Die Kontinuität des Labyrinths repräsentiert die Unsterblichkeit und Ewigkeit. In der östlichen Philosophie bedeutet das, der Kreislauf von Leben und Tod sowie die Regeln des Karmas zu durchbrechen. Aus der Perspektive eines Begräbnisrituals symbolisiert das Labyrinth den Tod und die Wiedergeburt. Das Labyrinth zu betreten, bedeutet den Tod und es wieder zu verlassen, die Wiedergeburt. In dieser Interpretation kann das Labyrinth als ein Modell der Unterwelt betrachtet werden. Krass. Also ich mag Labyrinth sehr gerne. Ich würde auch gerne mal in ein großes, wirklich mal reingehen und ja, dann halt versuchen, da wieder rauszukommen. Ohne fremde Hilfe. Am besten noch so ganz alleine. Ich mag auch den Film, das Labyrinth sehr, sehr gerne. Das suche ich mir immer regelmäßigen Abständen an. Ich wusste aber gar nicht, dass das so eine krasse Bedeutung hat. Dass man jetzt so unbedingt unterscheidet. Ich meine, klar kann ich Labyrinth mit der Mitte und natürlich mit Ausgang wieder so. Was ist laut hier, ne? Na gut, ist auch direkt hier. Ach, da fällt mir auch noch ein, wir müssen auch noch irgendwie an den Schlüssel kommen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Der Schlüssel, der hier an dem Ding hängt. An der Lampe. Ich will die schon immer irgendwo hängen, ey. Und wir machen jetzt 60 Minuten heute mal voll. Und noch eine. Würde mal gerne lieber noch ein Kranich finden oder so, so ein Papierkranich. Weil da wissen wir mindestens, wo wir hin müssen. Okay, das ist also, wenn wir zurückgehen zum Altbau, ein Labyrinth. Wir hatten, ich habe aber, als ich jetzt durchgelaufen bin, gut, ich habe jetzt auch jetzt nicht wirklich darauf geachtet. Das Einzige, was wir jetzt gesehen hatten, waren diese Kratzspuren. Drei waren es, äh, drei waren es, glaube ich. Räuber und Slum. Ich glaube, es waren drei, ne? Vielleicht finden wir, wenn wir darauf achten, immer zwei oder ein oder fünf Kratzspuren oder sowas. Die uns irgendwie den Weg weisen. Können wir das hier anklicken? Okay. Ich versuche es anzuklicken und es, äh... Aber er macht nichts. Das macht mich wieder sehr nervös, dass das ein LeBac ist. Bibliothek. Du kannst auch ohne Licht finden, was du begehrst, solange es Strom gibt. Kannst auch ohne Licht, solange es Strom gibt? Die Klimaanlage reagiert nicht. Vermutlich ist der Strom abgedreht. Ah, es ist erstmal, dass wir diese Dinger hier anklicken können. Wir gucken erstmal mit Licht. Vielleicht ist es ein Hinweis, dass wir ohne Licht irgendwas dann sehen oder finden. Wie mit der Tafel, weißt du? Das wäre nur mit, ähm, was ist das? Auf dem Bücherregal ist ein laminiertes Schild. Es ist leider zu weit oben, ich komme nicht ran. Ah, kletter hier. Kletter hier mit dem ersten, hier, ersten Absatz rauf. Das mache ich auch mal so. Ich bin halt sehr klein. Da muss man sich manchmal zu helfen wissen. Ich habe auch nicht immer eine Trittleiter in der Tasche, ne? Das trifft sich sehr gut. Ich glaube, ich werde jetzt doch heute nur diese eine Aufnahme machen. Und dann, Türkette wurde von innen eingehängt. Vielleicht kann ich sie mit einem laminierten Gegenstand öffnen. Was für ein dezenter Hinweis. Vielleicht kann ich sie mit einem laminierten Gegenstand, so. Und da oben liegt ein laminiertes Schild. So, so. Was muss ich denn dann für ein Gegenstand benutzen? Wieso kommt er nicht da dran, jetzt mal ernsthaft? Der streckt sich einmal so ein bisschen hoch, so. Dann ist doch gut. Naja, gut. Wir gucken mal ohne Licht. Hoffentlich kommt jetzt kein Jumpscare oder sowas, ey. So, jetzt gucken wir hier einmal nochmal ab. Ob irgendwas jetzt anders ist. Warte mal, können wir jetzt die Klima anmachen? Ich glaube, dass wenn die Klima hier oben angeht, und dass das runtergepustet wird. Vermutlich ist der Strom abgedreht. Wie können wir den denn jetzt nochmal anmachen? Okay, so ist der Hinweis wahrscheinlich gemeint, ne? Also der Hinweis war, du kannst auch ohne Licht finden, was du begehrst, solange es Strom gibt. Und ja, das ist, glaube ich, der Hinweis, dass wir brauchen Strom für die Klimaanlage, damit das runterfällt. Wie war das denn nochmal mit dem Licht genau? 1, 5, 8, 10 und 12. Boah, das hat ja jetzt damit nichts zu tun, ne? Das hat ja jetzt damit nichts zu tun, glaube ich. Das ist jetzt der Raum... ...Politik 1. Ob hier ganz da oben kommt, der gar nicht jetzt, ne? Würde mich sehr freuen. Ach so. Alarmanlage. Okay, wir machen erst das Licht aus. Ach so, hier... Ah, okay, warte mal. Der hört sich gerade ziemlich laut an. Wieso sollte ich die Alarmanlage anmachen? Wir müssen schnell hier rein, der kommt gerade. Okay. Jetzt dürfte das ja gehen, ne? Juhu! Guck mal, kann ich euch in der Leser-Folge doch noch... ...doch noch ein bisschen was präsentieren. Da freue ich mich sehr. Eine Plakette mit den Bibliotheksregeln. Dank ihrer Laminierung lässt sie sich leicht in schmale Lücken schieben. Danke nochmal für den dezenten Hinweis. Ähm. Ach so. Ich dachte jetzt schon, was muss ich machen? Aber ich muss das tatsächlich einfach nur so hin und her schieben. Keine Olle an der Decke? Okay. 60 Minuten sind gleich voll. Müssen wir nur gleich gucken, wo wir abspeichern. Ob wir jetzt wirklich wieder ganz zurück müssen. Oh. Ich finde einen Weg hier raus. Versprochen. Sag doch sowas nicht. Ich nehme das Erste. Äh, wieso? Äh. Ich bin alleine. Alle sind so verrückt. Sie haben alle ihre Gedanken verloren. Als ich mit So-Yung ging, So-Yung kam zu uns. Aber So-Yung ignorierte So-Yung und ging. So-Yung wurde Angst. Und angefangen So-Yung zu folgen. Ich bin so Angst. Ich bin so Angst. Normalerweise, So-Yung und So-Yung spenden viel Zeit zusammen. Und wenn So-Yung spricht, So-Yung hört sie einfach. Ich habe sie nie gesehen, wie sie früher gemacht haben. Ich habe sie nie gesehen, wie sie das gemacht haben. Ich habe sie nie gesehen, dass etwas wirklich schlecht ist. Ich denke, dass... Es war einer von ihnen. Wir haben uns hier in. Vielleicht... Hä? Wie die ist verschwunden? Es ist einfach vor deinen Augen... Hat sie sich in Luft aufgelöst, oder was? Hä? Wie soll das denn gehen? Noch nie haben sie sich so gestritten. Eigentlich ignoriert sie sie ja die ganze Zeit knallhart. Richtig Streit kann man das ja gar nicht nennen. Untersuchung der Yin-Yang-Marke 2 Weitere Nachforschungen werden nötig sein, um zu erklären, was geschehen ist. Aber... Aufgrund eines Stromausfalls im Musikzimmer war ich plötzlich von Dunkelheit umgeben. Als ich meinen Orientierungssinn verlor und bereits die Panik im Nacken spürte, bemerkte ich ein helles Leuchten aus der Tasche der Yin-Yang-Marke. Womöglich habe ich mir das nach der tiefgehenden Untersuchung der Marke eingebildet. Aber es war dennoch eine magische Erfahrung. Yeah! Holzmarke, bla bla, Glücksbringer, bla bla. Alles klar! Geil! Kommen wir auf jeden Fall schon mal da hinten weiter. Was hat der für ein Problem? Warum hat der mich jetzt von da aus gesehen? Haha! Verarscht! Oh, Jumpscare! Entschuldigung, das war glaube ich ein bisschen spät. Tut mir leid. Ich habe sie da hinten so stehen sehen. Ich... Ich frag gar nicht, warum der mich... Ich frag gar nicht. Er hat mich halt gesehen. Er war am Arsch der Welt. Ich habe die Tür aufgemacht und es war auch überhaupt kein Auge da. Ihr habt's gesehen. Ähm... Da muss ich lang. Ihr habt's gesehen. Aber egal, das ist ja ganz passend so. Dann können wir jetzt einmal zurückrennen zu den Toiletten. Und der noch? Nö, der hat sich da auch schon wieder entspannt. Alles klar. Und... Ja! Dann... Perfekt! Können wir hier abspeichern. Ich habe tatsächlich echt schon neuneinhalb Stunden. Beziehungsweise jetzt... Äh... Zehneinhalb Stunden schon ungefähr. Ich glaub wir brauchen ein bisschen länger als 15 Stunden. Einfach weil... Ich mein, davon habe ich ja viel rausgeschnitten. Von habt ihr ja viel gar nicht gesehen, so wo ich da rumgeockt habe und so. Aber... Naja, solange es so wie jetzt vorwärts geht, werde ich es auch nicht großartig schneiden. Ich hoffe es ist okay. Ansonsten könnt ihr ja immer so ein bisschen... Oh, spulen oder was. Ne? Wenn ihr seht da das Auge und die Olle labert da. Die komische hier. Die labert einfach noch ein bisschen und so. Ich spute halt ein bisschen vor oder so. Wenn euch das so langweilig ist. Aber... Ähm... So ein bisschen Atmosphäre, finde ich, geht auch immer verloren, wenn ich zu viel rausschneide, ne? Okay. Ähm... Ich mache morgen weiter. Das heißt, ihr seht diese Folge morgen. Und wenn ihr dann schreibt so, äh... Dann versuche ich das auch mit einzubauen. Wenn ich irgendwas übersehen haben sollte. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!